Willkommen zurück. Und wir werden schon wieder angeredet von irgendjemandem. Das wollen wir jetzt nicht. Gut. So. So, es ist wie, als würde der die ganze Zeit warten. Wann klickt er endlich auf die Aufnahmetaste und schon, BÄM! Redet da irgendwas von Ulfric? Ist schon lustig, dass die einen die ganze Zeit anreden wollen. Aber gut. Äh, ja, seit kurzem ist ja Dawnguard draußen. Und so rein zufällig ist das jetzt hier mit drauf. Ja, und, ähm, ich hab, ne, hier, Fälschetaste. Ich hab mir mal die Freiheit genommen und die Karte ein bisschen anders gemacht. Da gibt's nämlich einen schönen Mod, der ist ein Steam Workshop. Der geht besser drauf zu machen, als wenn ich jedes Mal diese Kartendateien in die Ordner reinkopiere oder so. Weil, äh, wenn ich das immer reinkopiere, dann wird das nie aktiviert. Oder zumindest, wenn's immer aktiviert hat, dann geht das irgendwie mit anderen Dateien nicht mehr so. Und, naja, auf alle Fälle sieht man jetzt ja endlich mal die Karte. Ja, wir holen uns jetzt von Proventus Avenici das Kopfgeld für den komischen Riesen, die wir geholt haben. Äh, hätte mein Geschleif auf der Karte bleiben können. Ich hab keinen Bock, den ganzen Weg hier hochzulaufen. Ja. Das Coole ist, ich hab, ähm, mal ein kleines bisschen austesten müssen, was denn so neu ist im Spiel. Beziehungsweise, wie sich denn Dawnguard, ich sag immer Dawnguard, aber das heißt ja Dawnguard, im Sinne von, ich weiß nicht, ob Dawnguard mehr so der Morgendämmerung ist oder mehr so das Abenddingens. Hauptsache Rotermund, egal. Äh, äh, wo ist er denn? Proventus Avenici, 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 Avenici... Wieso ist hier überhaupt kein Jaul da? Hm, und, äh, bei der Gelegenheit hab ich mir auch nochmal ein paar andere schöne Mods angeschaut. Ich glaub, dafür wär ich dann nochmal extra Folgen oder so machen, ein bisschen Mod-Vorstellung. Wollte ich sowieso dann ab einem gewissen Punkt machen, aber, äh, während ich das Spiel noch so richtig spiele, äh, wollte ich das mit den Mod-Vorstellungen eigentlich erstmal lassen. Nee! Oh, was wär ich denn hier drin? Apropos. Mal gucken. Wollte ich denn... Oh, ein Meisterschloss. Super. Das ist gut. Können wir gleich mal aufmachen hier. Oh, 99 plus. Nee, 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 nee. Okay, also gehen wir nach links, dann dürfte es funktionieren. Nee, nee. Ah, okay. Ganz weit unten. Links und so ein bisschen hoch. Nee, noch ein Tick weiter höher. Ach, komm schon. Äh, so, ungefähr, so, vielleicht. Nein. Ach, komm schon. Oh, super. Ja, ein Elfen-Schwert. Braucht man denn. Ich hab's bloß wegen dem Truhen-Dings gemacht. Oh, Lehrling. Das geht diesmal einfach auf. Oh, geil. Wir haben ungefähr mindestens ein Viertel gekriegt. An Weite, wie man das dann halt macht. Ja, beim Lehrling geht's auch relativ fix. Aber wir öffnen hier die ganzen Truhen einfach so zum Gucken. Nur gucken, nicht anfassen. Jo, was geht. Mögen die Göttlichen euch sagen. Ähm, der Riese von Lager Schlafbaum ist tot. Ausgezeichnet. Ihr habt uns einen großen Dienst erwiesen. Ja. Hier ist eure Belohnung. Immer doch. Ja, äh, warum heißt die Traumwissblah? Okay. Genießt euren Besuch in Drachenfeste. Jetzt weiß ich doch mal, was der mir überhaupt jetzt gerade gegeben hat. Hätte ich auch verpassen müssen. Das wäre vielleicht ganz günstig gewesen. Äh, 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 na komm, geh doch schlafen. Jetzt. Äh, na komm, zwölf Gold nehmen wir mit. Herberge der Ahnenmotte, nee. Rückkehr, nein, nein. Oh, super. Irgendwann kriege ich Schlossknack nochmal auf 100. Irgendwann. Wird wahrscheinlich das allerletzte Talent sein, was ich auf 100 bekommen. Da werde ich sogar noch die anderen Talente vorher noch hochbekommen. Nichts ausschaut. Äh, ha. In diesen Hallen hatten, macht ihr mit euren dreckigen Fürsten sein. Aber ich glaube, ich habe in den Oben schmutzig mindestens genauso ernst, wenn ihr ja auch sie sein. Oh, äh, Ark 2, habe ich schon mal gelesen? Nee, 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 nee. Schade wäre es, äh, oder schade ist es eigentlich auch, dass man, wenn man diese ganzen Bände von einer ganzen Geschichte durchgelesen hat, dass man da allgemein nichts bekommt. Das wäre eigentlich schön gewesen, wenn man da noch ein bisschen was kriegen könnte. So, äh, was haben wir hier drin? Äh, Mämpels, Gold, so, das war's. Ja, genau. Von den Armen stehlen. Wir sind der böse Robin Hood. Äh. Der kapitalistische Robin Hood. Wir stehlen von den Armen und geben es dem Reich. Was benötigt ihr, wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet? Ich habe eine Stadt zu führen. Ja, ja, ja. Kennen wir ja. Ich führe eine Stadt auch relativ oft. Ach, komm schon. Ist denn hier überhaupt mal was verschlägt? Oh, ach ne, ich dachte, das wäre was Interessantes. Die Kenne des Roten Adlers hatten wir schon. Der American Pie. Äh, von gekreuzten Deutschen. Nein. Nein, Webberjack. Nope. Alles weg. Ja, und wie kriegt man jetzt hier mit, äh, wie das Downgott und alles funktioniert? Weil, ich habe mal bei Fähigkeiten geguckt. Und normalerweise hat man ja Talentbäume für Vampir und Werwolf, aber die muss man sich anscheinend verdienen. Weil hier ist nirgendwo irgendwas, was irgendwie so nach Werwolf klingt. Es sei denn hier. Regeneration with Speed. Ja, all spells are more effective against undead. Oder es liegt einfach daran, dass ich diesen komischen Mod drauf habe. Das kann natürlich auch sein. Weil ich diesen englischsprachigen Mod drauf habe, funktioniert das jetzt nicht. Egal. Ich habe gehört, dass sie die Dämmerwacht zurück ins Leben gerufen haben. Vampirjäger oder so in der alten Festung in der Nähe von Rifthorn. Ist vielleicht sogar etwas für mich. Ne, wahrscheinlich nicht. Äh. Ne, äh, so. Dämmerwacht, Nähe von Rifthorn. Hier ist die Nebelwacht. Riftwachtturm. Schoßstein. Festung Grünwall. Äh. Sieht hier irgendwas so aus wie Dämmerwacht. Nö. In der Nähe von Rifthorn. Das ist schon mal schön, dass wir wissen, wo das Teil jetzt ist. Wenn ich Dämmerwacht wäre, würde ich das Teil hier hinsetzen eigentlich. Ja. Weil es ist ziemlich weit ab vom Schuss. Und man hat seine Ruhe. Nebelwacht klingt zwar auch gut, aber... Ja, ich glaube, wir werden dann demnächst irgendwann mal da hingehen. Aber jetzt nicht. Ich grüße euch. Könnt ihr mir nicht dein barmest. Ja, wundervoll. Ich spreche mit dem Anführer der Dämmerwacht. Und... Oh, genau. Das habe ich gesucht. Ich wusste doch, hier war noch einer. Aber wieso habe ich den denn nicht beim ersten Mal mitgenommen? Wahrscheinlich, weil ich... Nicht gründlich genug hier durchsucht habe. Ihr seht aber wirklich müde aus. In der beflagten Meere sollen noch bettenfrei sein. Ach, ne. In Skyrim wird nicht geschlafen. Ne. 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 Es könnte eigentlich auch noch viel mehr von solchen... Wie man irgendwas von irgendwelchen Tieren bekommt, Bücher geben. Ist ja eigentlich nochmal toll. Nistiger Valerian. Ne. 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 Und dann gibt es ja auch noch so einen Mod, der... Ah, wieso habe ich denn den jetzt eigentlich nicht drauf gemacht? Ah, Mann, ey. So viele Bücher und ich gucke die trotzdem alle nach Namen durch. Ich fühle mich jetzt schon ein bisschen verarscht. Na gut. Zeit an einer Menschheit. Na, okay. Das hatten wir schon. Und zwar gibt es einen Mod, der Bücher... ...leuchten lässt, die man noch nicht gelesen hat. Und das ist ziemlich cool. Das Problem bei diesem Mod ist eigentlich bloß, dass Bücher, die man schon gelesen hat, bevor man den Mod drauf gemacht hat, nicht mit in diese Liste gelesener Bücher mit reinkommen. Aber es ist okay. Da muss man die halt nochmal alle kurz immer durchlesen und dann... Also, anlesen, draufklicken und gucken, was passiert. Aber das war es eigentlich auch. Oh, wunderbar. Oh, oh. So. Wieso habe ich denn das eigentlich vergessen? Nein. Hab. Rede nicht mit mir. Wer, du redest mit mir. Wer? Okay. Speichern. Ich bin versteckt. Ah. Jetzt. Na, okay. Level-Up-Punkt kriegen wir jetzt wahrscheinlich, ne? Aber kurz davor dürfte es schon sein. Ich hoffe mal, die schließen das bald wieder zu. Das macht mir mal Laune. Jetzt jedes Mal wieder aufzuschließen. Na gut. Hätten wir das? Ich nehme mal wirklich an, dass das... Talentbäume sind, die man sich wirklich freischalten muss. Sonst hätte ich die jetzt eigentlich wirklich schon haben müssen. Es sei denn, ich bin wirklich zu dumm dazu. Was dummerweise auch sein kann. Will man halt nur selten eingestehen. Aber gut. Äh, wo? Ne. Oh, man. Die Sonne. Die Sonne ist so nervig. Die blendet nämlich genau... Und? Ja. Die blendet genau die linke obere Seite von dem Bildschirm. Weil die sind ja alle mit so einer komischen Folie überzogen. Und, ähm, die lässt die Sonne, oder die lässt allgemein nicht wirklich spiegeln, sondern die lässt es mehr so verschwimmen. Oder mehr so, so... Wie als würde man durch Milchglas gucken. So sieht ungefähr das Spiegelbild aus. Was man bei diesen Monitoren sieht. Wow. Ich hab das Gefühl, das Spiel läuft ein bisschen flüssiger. Ich weiß nicht, wieso, aber... Ja. Könnt ihr mir nicht ein Meht brauen? Mit dem Bauch voller Meht wäre mir wahrscheinlich viel wärmer und fröhlicher zumute. Äh, und viel unaufmerksamer wärst du dann auch. Äh, ne, der kann mir nichts weibringen. Ah, genau. Moment. Äh, ähm... In Markart war, glaube ich, der höchste Verzauberungslehrer. Den wollte ich jetzt nicht mehr mal kurz... Ich hab mich nicht mehr mal gewundert. Hm, wenn man für alle Fähigkeiten noch irgendwie sowas extra bekommt oder so. Oder zumindest was die ganzen magischen Fähigkeiten betrifft, dass man dann noch solche Meistersprüche bekommt. Dann könnte es ja auch sein, dass es eine Möglichkeit gibt, irgendwie so einer Art schweren Verzauberungen anzukommen. Ich weiß nur leider nicht, ob das stimmt. Alter, der Hinterkopf sieht ja total krass aus. Ich hab nie gedacht... Äh, äh, äh. Ja, genau. Ungefähr so... ...sieht dann das Buch aus. Was zum Geier ist hier passiert? Wieso ist das Ding lila? Cut. Mein erster Grafik-Bug seit... seit... seit Monaten. Seit ewig langer Zeit. Ja, mindestens ein halbes Jahr, also... ...ewig. Ewige Monate. Ja, was mit dir los? Irgendwann hat er Sänger. Nope. Obwohl. Nope. Das haben die jedes Mal. Okay, also ich brauche... Ah, genau. Der war ja beim... ...die Bella. ...rot war donischer Handwerkskunst. Ihr, ihr seid nicht bei den Abgeschworenen, oder? Man hat euch angeblich gesehen, als die Gefangenen ausgebrochen sind. So viele Tote. Ja. Äh, was habt ihr zu verkauft? Mal sehen, welchen Schmuck ich da habe. Äh, nö. Okay. Die Stadt sieht schon ganz schön... Oh, ja. Aber ihr wolltet wahrscheinlich etwas... ...über die ausgefallenen Figuren und Steinarbeiten erfahren, oder? Genau. Das wollen Reisende immer. Hier, diese Lieferung muss zu Kaltselmo. Bringt ihr sie ihm doch. Er kennt sich mit der Geschichte Markarts besser als jeder andere aus. Okay, ich würde dafür sorgen, dass er sie bekommt. Wunderbar. Er ist mitunter ein bisschen schwierig. Aber ich bin mir sicher, dass er eure Hilfe schätzen wird. Ihr kommt vor allem, falls ihr ein neuer Brüder oder eine Kette braucht. Der Name klingt eigentlich übelst cool. Und die Frage ist, äh, wie spricht man dieses Haar aus? Oh, Ockmund. Ich glaube, da war's. Oder auch nicht. Nee. Äh. Hieß der Typ Ockmund? Oh, ein Brüchlein. Der Niedergang. Kenne ich dann. Äh. No, 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 no. Nichts. Äh. Drohnen sind alle schon irgendwie geöffnet. Was haben wir hier? Geht von Palina. Hey, was machst du denn hier? Ihr habt ihr nichts verloren. Ach, das war ab, Mann. Jetzt wusste ich auch, wieso mir der Name so bekannt vor kam. Den habe ich vorhin erst gesehen. Äh. Aber gibt's denn hier, oh, super. Adeptenschlösser, die man knacken kann? Ich nache mir das mal auf. Sagte er und zerbrach den Dietrich. Ich will doch eine extra dort rein. Ich will bloß immer mal meinen Schlossknackenskill hochbekommen. Ja, sorry, aber ich will hier nicht. Ihr habt hier nichts verloren. Ah, das ist schön, dass die mir das sagt. Aber eigentlich muss die ja auf meiner Seite sein. Die Schatzkammer, super. Brauchen wir aber auch nicht. Äh, ich glaube, hier war irgendwas nützlich. Shrine of Talos, nein. Äh, das war weiter oben. Genau. Oh, ich glaube, das ist der falsche Eingang, oder? Ne, das ist der Wachturm. Das ist wirklich der falsche Eingang. Ähm. Ja, hier könnte es wahrscheinlich reingehen. Das sieht mir doch nach einem guten Eingang aus. Hey, aufpassen! Ne, das ist nicht, das ist, ne. Äh, Tempel der Dibella. Wundervoll. Man durfte eigentlich, funkt schon hier. Ich brauche mal kurz Licht. Kerzenschein, Kerzenschein. So, jetzt. Och, komm. Wieso habe ich denn das Schild nicht mehr dran? Das war doch gerade so schön. Mhm. Cool ist, dass man wirklich schon bei Nacht hier mit reingehen kann und alles mögliche. Ist schon toll. Das Inner Sanctum. Dann gehen wir mal gleich mal rein. Das Inner Sanctum. Als letztes Mal haben die, äh, ich glaube, da haben die mich leicht dumm angeguckt. Oder verblüfft. Ich sag mal nicht dumm, ich sag mal verblüfft. Äh, nein. Ist nix. Ja, hier müssten sie eigentlich alle rumsitzen. Mit ihren ganzen Sachen. Oh, ja, genau. Oh, seht euch nur die Farben an. Ja. Wundervoll, ne? Was für Farben meint die bloß? Oh, mein Gott. Was? Geister im Sturm. Okay. Ich dachte, ich hätte das noch nie gehört. Aber gut. Boah. Und es wird Licht. Schon wieder. Anwenden. Ihr braucht etwas? Äh, ja. Aber ich glaube, die sagt das bloß so. Hammer. Nein. Äh. Es wird...